Weiter geht es beim Winterspezial von Bauen und Wohnen. Jetzt sprechen wir über die Themen Nachhaltigkeit und Dämmung und bei uns begrüße ich ganz herzlich Dirk Herrmann. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo Herr Bauner. So, der Gelbe Eimer weltbekannt. Wie war denn das Jahr für Stohr? Auch bei uns sehr aufregend, sehr dynamisch und die bekannten Themen gab es bei uns auch. Lieferengpässe, Preisanpassungen nach oben, aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden und ich glaube, wir haben alle zusammen das Jahr auch dafür sehr gut gemeistert. Ist jetzt langsam Licht am Ende des Horizonts zu sehen oder geht es so weiter oder gehen manche Sachen wenigstens wieder ein bisschen ruhiger? Ja, wir hoffen schon, dass es ruhiger wird. Wäre natürlich sehr gut. Doch ist das Licht am Ende des Horizonts erkennbar. Die Lieferengpässe sind mehr oder weniger weg. Wir können wieder ganz normal liefern bei den meisten Produkten und deshalb sind wir da optimistisch, dass das jetzt sich beruhigt und dass wir da stetig und ruhig weitermachen können. Das Thema Dämmung war vor ganz vielen Jahren mal total in und von heute auf morgen war das irgendwie nicht mehr positiv belegt. Woher kam das? Ja, das lag glaube ich auch an den niedrigen Energiekosten, die wir hatten. Hat sich natürlich keiner darum gekümmert. Gas, Öl war sehr billig, sehr günstig. Das hat sich geändert und auch vom Image her gab es ein paar Themen, aber das hat sich komplett gedreht und man diskutiert ja jetzt nicht nur Kostensteigerungen, sondern auch Abhängigkeiten, wie wir wissen. Und deshalb hat sich das jetzt schon komplett gedreht und man ist da sehr positiv gestimmt im Thema Dämmung. In Deutschland hat man die Förderung jetzt für Wärmedämmung, teilweise hatte ich den Eindruck, relativ weit zurückgefahren. In anderen Ländern wie Italien, glaube ich, gibt es eine 110 Prozent Förderung. Wie funktioniert das? Wie ist das auch ein Beispiel für Deutschland? Die berühmte 110 Prozent Förderung. Das heißt tatsächlich, man bekommt zehn Prozent obendrauf. Das heißt, man bekommt alles gefördert plus noch extra Geld. Also ich würde mich dafür stark machen. Ich finde das ein gutes Modell. Es hat auch in Italien meiner Meinung nach gut funktioniert. Wurde gut angenommen, steht aber in Deutschland so nicht auf der Agenda. Ist ein politisches Thema und da müsste man wahrscheinlich mit dem Finanzministerium reden, weil das kostet natürlich auch noch mehr Geld dann. Und vielleicht kommt es irgendwann, aber im Moment steht es leider nicht auf der Agenda. Sie haben es vorhin schon angedeutet, die Energiepreise sind jetzt deutlich gestiegen. Wird das Thema Dämmung für die Menschen jetzt auf einmal wieder interessant, weil sie doch merken, naja, vielleicht kann ich eine gute Heizung haben, aber wenn mir die Wärme trotzdem zum Fenster rausgeht oder zur Fassade, habe ich ja gar nichts davon. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt viel, viel interessanter geworden. Natürlich, die monetären Dinge spielen da sofort eine Rolle. Aber wir sehen auch, dass jetzt andere Dinge eine Rolle spielen, dass man sich befreien will von abhängigen und dass viele Leute auch raus wollen aus diesen fossilen Energieträgern. Da ist das Geldthema gar nicht das vorherrschende. Man möchte raus aus fossilen Erdöl, Erdgas und sucht Alternativen. Und das kommt jetzt auch immer mehr. Jetzt haben wir ja verschiedene Dämmstoffe. Welche sind eigentlich so die bekanntesten Dämmarten oder die besten? Immer noch die Klassiker natürlich Polysterol, EPS, Steinwolle, wenn es nicht brennbar sein soll. Das sind die beherrschenden Dinge. Natürlich kommt immer mehr Holzweichfaserdämmung. Das ist ja das, was nachwachsend ist, was sehr ökologisch ist, was sehr stark nachgefragt wird, was aber auch vom Preis her ein bisschen woanders liegt. Das ist sehr teuer. Da hat sie es jetzt eigentlich mit diesen drei Dämmstoffarten, Polysterol, Steinwolle und Holzweichfaser im Moment. Die Leute wollen ja immer ökologisch und nachhaltig. Sind ja auch bereit, den Preis zu zahlen. Aber am Ende, wenn es heißt, so habe ich aber den gleichen Dämmwert oder sogar besser und es kostet ein paar tausend Euro weniger, ist das dann relativ schnell wieder hinten herangestellt. Meine ganz ehrliche Antwort nur unter uns. Ja klar, wenn es ein Angebot kommt, dann ist es doch das günstigere. Das ist ein Polysterol, ist vorherrschend. Holzweichfaser kostet ganz grob dreimal so viel vom Dämmstoff. Ist natürlich mal ein Wort, einen dreifachen Preis. Aber es gibt da auch was Neues bei Polysterol. Es gibt sogenannte Biomast-Dämmplatten, die kosten nicht so viel, haben aber einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck. Also da tut sich ja auch technologisch was. Was auch viele sagen, ist ja der Recycling-Kreislauf. Wir wollen mal sehen, zum Beispiel Styropor, PU und so weiter, dass da ein Kreislauf da ist. Wie weit ist man bei dem Kreislauf inzwischen? Kreislaufwirtschaft ist einer der wichtigsten Themen, die wir haben, wo wir uns auch mit beschäftigen. Bei Dämmstoffen ist das eigentlich kein großes Problem, dass man einen Kreislauf, ein Recycling hinbekommt. Und bei Polysterol sowieso nicht, das ist Kunststoff. Wenn der Sorten rein ist, kann ich den sofort wiederverwenden. Bei Steinwolle geht es mittlerweile auch. Holzweichfaser, die tun sich noch ein bisschen schwer, aber da kommen jetzt auch Recycling-Wege. Also bei den klassischen Dämmstoffen ist das Thema mehr oder weniger gelöst. Faktisch fällt aber nicht so viel an. Also es wird ja nicht permanent irgendwas zurückgebaut. Eine Dämmung hält mehr oder weniger ewig. Da ist keine Elektronik drin. Das verrottet nicht, das geht nicht kaputt. Das heißt, es kommen ja nicht permanent Tonnen über Tonnen an Material zum Entsorger. Aber Recycling geht. Wenn es zurückkommt, wird es auch schon recycelt. Ihr habt ja auch in Bayern eine Anlage gebaut, wo teilweise schon Recycling-Material eingeführt wird. Funktioniert das so einfach und kommt man überhaupt dann an den Rohstoff, den man recyceln kann und wiederverwerten kann? Ja, das, was ich auch gerade sagte, wir könnten viel, viel mehr. In unserem Werk in Bayern bei der Inolation tatsächlich recyceln wir. Es kommt Polysterol rein. Wenn es Sorten rein ist, geht es sofort wieder in die Produktion, wird beigemischt für neue Dämmstoffe. Und wir könnten viel, viel mehr machen, wenn wir denn das Material bekämen. Wie gesagt, so viel kommt gar nicht. Wir können theoretisch 100 Prozent. Das heißt, wenn Material kommt, könnten wir zu 100 Prozent daraus wieder eine neue Dämmplatte machen. Also der Kreislauf ist intakt. Kommen wir zum Thema Förderung. Wie sieht es denn da aktuell aus für die Fassade? Auch immer noch sehr dynamisch. Wir hatten das ja das ganze Jahr, das Thema Förderung. Wir saßen ja alle quasi am Ticker. Und man guckt, was passiert da, was verändert sich. Jetzt gibt es ja wieder was Neues zum 01.01.2023. Aber positive Meldungen. Es wird verbessert. Es gibt zusätzliche Prozentpunkte, wenn man dämmt. Im Detail muss man dann ein bisschen reingehen, muss man gucken. Aber es hat sich verbessert und bessert sich. Jetzt hoffen wir noch, dass es stetiger wird und nicht so dynamisch bleibt. Weil das verunsichert auch die Leute natürlich. Aber es verbessert sich zum 01.01.2023. Gute Nachrichten. Und jetzt, was wünschen Sie sich für das Jahr 2023? Gut für uns alle natürlich Gesundheit. Und geschäftlich dann, was ich vorhin auch sagte, dass es hoffentlich jetzt ein wenig ruhiger wird. Also die Dynamik, die wir hatten, die wir glücklicherweise gemanagt haben. Wir sind gut durchgekommen. Dass sich das jetzt beruhigt und ruhig bleibt und nicht mehr so schnell verändert. Das war schon sehr anstrengend für uns alle. Und wir hoffen, dass es jetzt ruhiger weitergeht. Aber man wird sehen. Keiner weiß, was nächstes Jahr passiert, was kommt. Und wir lassen uns überraschen. Aber wir sind gute Hoffnung. Herr Herrmann, danke für das Gespräch und Ihre Zeit. Danke Ihnen, Herr Baunach. Hey, liebe User. Wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren. Ich wünsche, dass wir uns jemanden zuriveh è. Vielen Dank.